Ja, und willkommen zu Yoko und die Schatzsuche. Ein Spiel, was ich irgendwo aus der Versenkung ausgegraben habe. Die CD hatte ich irgendwoher. Wahrscheinlich irgendein Werbegeschenk oder sowas. Das werde ich mir sowas von gönnen, auch wenn das für Kleinkinder ist. Natürlich bin ich ein Experte. Was sonst? Hallo, ich bin Yoko. Du willst mit mir spielen? Juchu! Komm mit in meine Erlebniswelt. Die Suche nach einem sagenhaften Schatz bringt uns rund um die Welt. Da warten spannende Abenteuer auf uns und jede Menge tolle Spiele, Rätsel und Tricks. Alles, was Spaß macht für Kids mit Grips. Wenn du magst, können wir zwischendurch ruhig mal eine Pause machen. Dann können wir uns stärken. Ich will eine Yoko-Folgeninsel. Himbeere. Oder nein, Erdbeere. Und du? Möchtest du einen trinkig Erdbeere? Oder lieber Banane? Oder einen coolen Yoko-Snack zum Wecklappern? Und dann geht's voller Power weiter. Oh ja, ich möchte jetzt auch was zum Wecklappern. Hammer. Du kannst mich doch auch mal im Internet besuchen. Da habe ich eine eigene Homepage. Unter www.yoko.de gibt's noch mehr Spiele, Infos und Tipps für Kids mit Grips. Frag deine Eltern, ob du darfst, ja? So, genug Quatsch. Lass uns endlich spielen. Du musst nur deinen Namen in das Kästchen hier reinschreiben. Und schon kann's losgehen. Was? Das habe ich doch eben getan. Yippie! Haha. Egal, ich möchte das jetzt zocken, ey. Und dann muss ich meine Eltern fragen, ob ich auf die Internetseite darf. Gut so. Kaum war das Rätsel des verschwundenen Obstes gelöst, sprang ich ins Flugzeug, um zu meinen Freunden Jenny und Erik nach New York zu fliegen. Nicht einmal Zeit für eine kleine Pause. Aber gut. New York ist wirklich eine der erstaunlichsten Städte der Welt. Was wohl der wahre Grund dafür sein mag, dass mich Jenny und ihr Bruder Erik baten, Hals über Kopf zu ihnen zu kommen. Ich hoffe, dass ihnen nichts Schlimmes zugestoßen ist. Nur ja, gleich werde ich es erfahren, denn ich glaube, dass wir bald landen werden. Okay. Meine Damen und Herren, schließen Sie die Gurte. Wir beginnen unseren Landeanflug auf den Flughafen von New York. Auf geht's nach New York! Oder besser gesagt zum Big Apple, wie die Amerikaner sagen. Also RTL hat mir gesagt, dass das Big Kiwi genannt wird. Das war so ein Quiz, ey. Ich war mir hundertprozentig sicher da. Schau, Erik, da ist er! Joko! Hey, Joko! Jenny, Erik! Ich bin so froh, wieder bei euch zu sein. Oh ja! Aber ich muss zugeben, dass ich darauf brenne, zu erfahren, was los ist. Es geht um Jenny, Joko. Sie hat ein Buch gefunden. Was ist das für ein Typ da hinten mit der Sonnenbrenne? Selbst wenn... Warte, Erik. Hier haben die Wände Ohren. Morgen früh erzählen wir dir alles zu Hause. Da können wir eher in Ruhe reden und vor allem brauchen wir heute Nacht alle etwas Erholung, um für den Angriff fit zu sein. Gut. Der Angriff? Dann machen wir uns auf den Weg. Aha. Gut. Nun sind wir vor den neugierigen Blicken sicher. Und nach dieser erholsamen Nacht können wir dir nun alles erzählen. Die ganze Sache fing letzte Woche an. Ich hatte mein Buch zu Ende gelesen und suchte eine neue Lektüre. Ich ging deshalb zu einem Händler, der gebrauchte Bücher und sehr alte, wunderschöne Bücher hat. Dort habe ich ein altes Buch über Archäologie gefunden, das sehr interessant aussah. Die Archäologie erklärt, wie alte Zivilisationen aussahen. Also entschloss ich mich, es zu kaufen. Aber als Jenny das Buch mit nach Hause gebracht hat, haben wir eine alte Karte gefunden, die zwischen zwei Seiten eingeklemmt war. Und das bestimmt schon seit vielen Jahren. Und halt dich gut fest, Joko. Es handelt sich um eine Karte von der vergessenen Insel. Einer Insel, auf der es einen sagenhaften Schatz gibt. Eine vergessene Insel? Ein Schatz? Aber das ist ja unglaublich. Sieh her, Joko. Das ist die Schatzkarte der vergessenen Insel. Der Autor sagt, dass sich die Insel im Pazifischen Ozean befindet. Aber es ist äußerst schwierig, dorthin vorzudringen. Während ich das Buch las, habe ich entdeckt, dass der Schatz der vergessenen Insel durch magische Türen beschützt wird. Diese Türen öffnen sich nur mit kostbaren Steinen, die als Schlüssel dienen. Es gibt davon drei verschiedene. Im Klartext, ohne diese drei kostbaren Steine gibt es keinen Schatz. Diese Augen. Komm mal, ein Lichtdurchblick. Aber wo liegt nun das Problem? Ich zeige dir kurz ein Video und du wirst unsere Aufregung verstehen. Es kam gestern Abend in den Fernsehnachrichten. Kurz vor unserer Abfahrt zum Flughafen, um dich abzuholen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Alle Sicherheitsdienste sind in höchster Alarmbereitschaft. Denn Bob Karkass, der berühmteste Schmuckdieb der Welt und der ganzen Galaxie, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Das ist eine schreckliche Nachricht. Und alle Juweliere des Planeten sind in Angst und Schrecken versetzt. Auch ich, meine Damen und Herren, habe daran gedacht, mich mit meinem Hab und Gut in einen Panzerschrank einzuschließen. Aber dann könnte ich Ihnen diese Nachrichten nicht mehr präsentieren. Und außerdem stünde ich als Dummkopf da. Deshalb habe ich mich ganz mutig dazu entschlossen, es nicht zu tun. Hammer das Game. Hier ist das aktuellste Foto, das wir von Bob Karkass haben. Ah, die Sonnenbrille. Sollte Ihnen diese düstere Gestalt jemals auf der Straße begegnen, so seien Sie sehr vorsichtig. Und vor allem verraten Sie ihm nicht meine Adresse. Nun gut, damit beenden wir unsere speziellen Kurznachrichten. Guten Abend. Gut, Hammer das Game. Die Sonnenbrille dürfte er auch anbehalten. Sieh mal eine an. Ich glaube, ich habe diesen Bob Karkass schon einmal gesehen. Und zwar gestern am Flughafen. Er war es, der unser Gespräch belauschte. Es würde mich nicht wundern, wenn er auf der Suche nach diesen drei Steinen wäre, um sich des Schatzes der verlorenen Insel zu bemächtigen. Freunde, wir müssen jetzt unbedingt handeln. Zuerst suchen wir am besten den Ort, an dem die Steine versteckt sind. Hier, das steht alles in meinem Buch. Ich muss jetzt nur noch alle Informationen zusammenfassen, einen Plan zeichnen und schon kann das Abenteuer losgehen. Hey Jenny, wir könnten bei der Gelegenheit Joko den Central Park zeigen. Du wirst sehen, Joko, das ist ein riesengroßer Park mitten in der Stadt. Er ist einfach toll. Das ist eine sehr gute Idee, Erik. Bitte bei Nacht. Gut. Ich werde alles Brauchbare verwenden, um einen Plan für unser Abenteuer zu zeichnen. Bestens. So werde ich vor unserer Abreise noch etwas von der Stadt sehen. Auf geht's. Aha. Und hier ist unser fertiger Plan. Wann kann ich jetzt was machen? Die drei kostbaren Steine zu finden, wird nicht ganz leicht werden. Warte mal. Du kennst uns doch. Steht ein Abenteuer an, so sind wir stets die Ersten. Und wir werden sogar die Ersten sein. Schnell, Jenny. Schleifern. 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 Kids mit Grips. Gut, dass ich den Multispace mitgenommen habe. Er ist das ideale Transportmittel, um zu all unseren Stimmungsorten zu gelangen. Hey, etwas verstehe ich da nicht. Was sind Eskimos? Und was sind Azteken? Was du nicht sagst. Ach ja. Eskimos und die Azteken sind sehr alte Volksstämme. Zusammen mit den Indianern haben sie Wächter, die die drei kostbaren Steine beschützen. Aber was? Jenny, die Karte. Subtil. Wir haben keine Sekunde zu verlieren. Schnell, ich folge ihm. Wir nehmen die Verfolgung von Bob Karkas auf. Um dich mit dem Skateboard vorwärts zu bewegen, betätige die rechte Pfeiltaste auf deiner Tastatur. Rechte Pfeiltaste. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Großschreibtaste. Großschreibtaste, äh, check. Zum Springen und Umgehen der Hindernisse, verwendet den nach oben gerichteten Pfeil deiner Tastatur. Oben Pfeil, check. Verwendet den nach unten gerichteten Pfeil der Tastatur. Und zum Bremsen, betätig den nach unten gerichteten Pfeil deiner Tastatur. Verwendet die linke Pfeiltaste deiner Tastatur. So, bist du nun bereit? Klicke auf die Schaltfläche rechts am oberen Bildschirmrand, um dein Spiel zu starten. Alles klar, go. Auch mit einem sehr guten Antagonisten, mit dem best, mit dem gefährlichsten Schmuckdieb der Galaxie, kann eigentlich nichts falsch gemacht werden. Und er hat eine Sonnenbrille. Und einen gelben Anzug, das ist noch sehr wichtig. Oh yeah. So, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Der kann aber gut springen. Hammer. Oh, das Eichhörnchen. Oh. Uh. Das hat mich noch getroffen. Verdammt. Hui. Easy. Das war das nochmal mit der Großschreibstaste. Ach so, schneller. Ja komm, schneller. Los. Mach it. Ja, man. Alles klar. Plus 10 Punkte. Easy. Easy. Oh, nein. Ich bin nicht schnell genug. Ach, komm schon. Und direkt fail. Gefällt mir auf jeden Fall das Spiel. Ey, Hammer. Ja. Leider nicht ganz. Egal. Jetzt habe ich die Steuerung verstanden. Jetzt ist alles gar kein Problem mehr. Plus 10 Punkte. Hammer. Ja, man. Das Eichhörnchen. Und da ist da so ein Riesenbriefkasten. Hammer. So. Maximum Speed. Maximum Speed. Alter Schwede, ey. Jetzt möchte ich nur noch hier so einen LSD-Trip drin haben, ey. Dann ist das Spiel perfekt. Minus 5. Vielleicht war das nicht ganz so klug, das einzusammeln. Und vielleicht sollte ich die Blauen einsammeln, wenn ich die Orangen nicht einsammeln soll. Ach Gott. Das hätte man mir auch schenken können. Nein, das Spiel ist unerbildlich. Wo muss ich denn hin? Wie lange muss ich denn fahren? Ah, ich weiß es nicht. Egal. Bis zur Inendlichkeit und noch viel weiter lautet die Devise. Oder durch... Super! Du hast gewonnen. Seht euch seinen Freunden-Position an. Bob Krakas ist im Verkehr verschwunden. Ach. Doch nun gibt es ein Foto von unserem Plan. Das heißt, er weiß, wo wir die kostbaren Steine suchen müssen. Wir auch. Wir müssen uns sofort auf den Weg machen. Unsere einzige Chance besteht darin, vor ihm anzukommen und die Steine zuerst zu finden. Dazu wird der Multispace wirklich sehr nützlich sein. Er erwartet uns auf der Rollbahn des Flughafens. Auf geht's! Mal so eine ganz kleine Frage nebenbei. Das ist ein Schmuckdieb. Ein Schatz ist doch nicht gerade öffentlich sein zu bisher. Und wir müssen uns nur noch entscheiden, welches unser erstes Ziel sein soll. Wir werden uns den Plan anschauen und unsere erste Etappe suchen. Und wo ist... Und noch eine Frage. Wieso kam der mit dem Flugzeug, wenn er so ein krasses Multispace hat? Der Diamant befindet sich in einem Achtung beim Stab. Hier bei den Eskimos. Schnallt euch an und los geht's! Hammergeil, Hammer. So stelle ich mir die nördlichen Gefilde vor, ey. Mit diesen Motorschlitten kommen wir auf dem Eis schwerer Boden. Alter, geil, ey. Ich möchte auch so einen. Dort leben die Inuits. Nun gut. Es könnte kaum schlimmer sein. Es ist wirklich kalt hier. Du hast auch einen Tanktop an. Wir müssen außerdem sehr wachsam sein. Denn wir werden nicht die einzigen sein, die auf der Jagd nach den Diamanten sind. Tja, Kids mit Krebs brauchen eben keine Felljagd. Doch, der Kass ist sicher auch in der Nähe. Also, Augen auf! Vorwärts! Was für eine märchenhafte Landschaft! Und außerdem gibt es überall Tiere. Fahren die jetzt, oder? Es ist unglaublich, dass sie unter diesen Bedingungen leben können. Ja, guck dir mal die Tiefen an. Und ich würde gerne wissen, wie sie es anstellen, damit sie nicht auf der Stelle festfrieren. Ich habe nun richtig Lust, etwas mehr über diese Tiere zu erfahren. Das ist eine super Gelegenheit! Lass sie uns nutzen! Lass sie uns nutzen! Ach, ich kann jetzt auf die Tierchen klicken. Geil! Der Seehund! Aber wo hat er denn seine Ohren? Er hat keine! So ist es. Der Seehund hat keine Ohren. Aber keine Angst, deshalb ist er nicht taub. Der Seehund hat nämlich ein inneres Ohr. Auch wenn die Seehunde auf dem Festland leben... Ich habe gerade den Faden verloren. Ich muss noch mal kurz von vorne anfangen. Verbringen sie dennoch einen großen Teil ihrer Zeit im Ozean und fischen. Trotz seiner guten Szene ist der Seehund ein echter Vielfraß, der einen Fisch in einem Zug verschlingen kann. Ohne ihn zu kauen, Hammer. Das kann ich auch. Der Seehund kann sehr lange unter Wasser bleiben. Er kann aber nicht wie die Fische unter Wasser atmen, sondern muss immer wieder an die Wasseroberfläche kommen, um Sauerstoff zu tanken. Die Seehunde haben keine Angst vor dem kalten Wasser im Nordpolar mehr, in dem sie schwimmen. Unter ihrer Haut haben sie nämlich eine dicke Fettschicht, die sie vor der Kälte schützt und dafür sorgt, dass die Seehunde ihre Körperwärme beibehalten. Hammer das Spiel! So informativ. Will ich mir noch andere anhören? Ja, komm hier. Das Karibu. Das Karibu, eine Art Rentier, ist ein typisches Tier aus dem hohen amerikanischen Norden. Sein Name bedeutet der, der nach Nahrung gräbt. Das Karibu heißt so, weil es die Erde mit seinen Hufen aushöhlt, um Wurzeln zu finden, die es fressen kann. Das Karibu ist ein reiner Pflanzenfresser und frisst niemals Fleisch. Das Karibu gehört zu derselben Familie wie der Hirsch. Ein Tier, das man in den Wäldern Deutschlands antreffen kann. Aber die Besonderheit des Karibus ist ein schaufelartiges Geweih, das es stolz auf seinen Kopf trägt. Männchen und Weibchen tragen beide ein Geweih, was bei dieser Tierart recht selten ist. Das lange und dichte Fell des Karibus ist für ihn der perfekte Schutz gegen die große Kälte. Es hat sogar Fell auf dem Maul, damit ihm dieses nicht einfriert. Noch viel erstaunlicher ist, dass das Karibu ein ausgezeichneter Schwimmer ist. Seine Rufe dienen ihm als Paddel, so eine Art Ruder. Jetzt vergleicht nicht die Quarkstecher mit Rudern, ja? Ja, Hammer. Jetzt bin ich schon ein bisschen sauer auf das Spiel, ja? Ein bisschen. Und wenn es im Wasser ist, kann es damit schwimmen. Hammer. Das kann ich mir sogar ausdrucken, wenn ich Bock drauf habe. Ach komm, machen wir mal weiter hier. Ach, jetzt muss man hier so... Hammer, wie schnell die sind. Seht euch an, wie der Yooka so richtig Spaß an dem Teil hat. Hier, den Eisbär gönne ich mir auch noch. Ach, der Eisbär. Hier sehen wir den Eisbären, den die Eskimos Nanook nennen. Er ist ein Säugetier und läuft auf vier Pfoten. Er kann sich aber auch aufrichten und auf seinen beiden Hinterpfoten stehen, um anderen Tieren Angst einzuflößen oder Nahrung in der Höhe zu fangen. In diesem Fall kann der Eisbär bis zu drei Meter groß sein. Das Fell des Eisbären ist im Winter weiß, aber wenn der Frühling kommt, wechselt es seine Farbe und wird gelb. Der Eisbär ist ein Allesfresser. Das heißt, er isst einfach alles, Fisch, Fleisch oder Pflanzen. Der Eisbär ist nicht sehr wählerisch, wenn es ums Essen geht. Das sind wir auch nicht. Es ist aber auch ein wirklich dickes Säugetier. Das Männchen... Die Männchen können bis zu 700 Kilogramm schwer werden. So wie deine Mutter. Der Eisbär ist auch ein guter Jäger, denn er ist schnell. Er kann bis zu 50 Kilometer pro Stunde in vollem Lauf erreichen. Er hat einen ausgeprägten Geruchssinn, aber dafür hört er nicht sehr gut. Oh. Weiter geht's. Ach, jetzt muss ich jetzt nochmal hier durch. Hammer. Yo, go. Ich tratze mal durch hier. Was ist hier? Souvenirzimmer. Muss ich hier jetzt wirklich alles durchlesen? Hammer. Der kleine Alk. Selbst wenn er genauso ungeschickt läuft wie der Königspinguin, sollte man dennoch diese beiden Tiere nicht miteinander verwechseln. Der Königspinguin lebt auf der südlichen Halbkugel und vor allem kann er, im Gegensatz zum kleinen Alk, nicht fliegen. Der kleine Alk ist ein Verwandter des großen Alks, einem heute bereits ausgestorbenen Tier, und hat mit diesem Alk es gemein. Ein sehr gutes Sehvermögen bei Nacht. Der kleine Alk ist 40 Zentimeter groß und durch seine kurzen Flügel und seinen witzigen Schwanz zu erkennen. Er lebt auf der nördlichen Erdhalbkugel. Der kleine Alk ist ein guter Schwimmer, wie seine mit Schwimmhäuten versehenen Füße zeigen. Außerdem kann er seine Flügel unter Wasser zum Schwimmen benutzen, was aus dem kleinen Alk einen hervorragenden Fischer macht. Hammer. Hammer die Biologiestunden, die mir dieses Spiel gibt. Oh, ich kann auch nach hinten gucken. Seht euch das an. Da, 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 da. Ich mach mal hier einen kleinen Schnitt rein, ja? Und tschüss! Ja. Ja.